Wenn in seelenschweren Zeiten dir die Kraft verloren geht, keinen Halt in all den Weiten du mehr siehst, dein Kopf sich dreht, wenn kein Maßstab mehr genüge, keine Flucht dir möglich scheint, wenn sich alles dunkel füge, alles in dir schmerzvoll weint, denk daran, es gibt ein Licht, welches strahlt in kurzer Ferne, denk daran, der Glaube bricht dir die Not nur allzu gerne. Wenn ganz einsam in den Nächten dir der Mut verloren geht, niemand wärmend dich nach Kräften klar an deiner Seite steht, wenn du des Alleinseins müde, sehnsüchtig das Weite suchst und du unausstehlich rüde, alles streng um dich verfluchst, denk daran, es gibt ein Licht, welches strahlt in kurzer Ferne, denk daran, die Liebe bricht dir die Not nur allzu gerne. Was mir Kraft gibt Menschen, die authentisch leben, die sich nicht im Schein verloren, die im Sein sich kraftvoll geben, Menschen, die so sind, wie sie geboren, Menschen, die sich weitlich bilden, die auch neugierig sich fragen, die geeint in Wissensgilden sich beschnuppern, denken, tagen. Menschen, die sich aufrecht halten, die sich nicht verbiegen lassen, die die Jungen wie die Alten nicht belügen, niemals hassen. Menschen, die den Nächsten sehen, ihre Ohren offen tragen, die die Zuhörenden verstehen, auch an nicht so schönen Tagen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020